Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. Wort des Wort des Wortes. Untertitelung des ZDF, 2020